Herzlich Willkommen in der Buleburg. Unsere berühmte Soße kennt man weit über die Schweizer Grenze hinaus. Geniessen auch Sie unser Bule im Körbli mit der speziell zubereiteten Soße. Sei es für einen Ausflug in die Berge, eine Rundfahrt auf dem Vierwaldstättersee oder einfach auf dem Weg in den Süden. Einen Halt in Attinghausen bei der Buleburg lohnt sich immer. In unseren stilvoll eingerichteten Lokalitäten finden Sie Platz für die verschiedensten Anlässe. Der Familienbetrieb in dritter Generation bietet auch Köstlichkeiten für Nicht-Bule-Liebhaber. Die Buleburg-Crew freut sich auf Ihren Besuch. Reservieren Sie gleich und geniessen Sie den Gaumenschmaus. Die Buleburg-Crew freut sich auf Ihren Besuch.